Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tales of Systeria. Die haben in der letzten Folge die Kardinalen leider umbringen müssen, weil wir sie nicht läutern konnten. Aber sie von Bosheit besessen war. Aber aus Bosheit, obwohl sie den richtigen Weg hatte, äh, das richtige Ziel, so, aber den falschen Weg. Und jetzt sagen wir, dass Sergej, dass sein Bruder versteinert wurde, gestorben ist. Ich möchte weder das eine noch das andere ihm sagen müssen. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig. Die heiligen Inschriften. Außer davor noch ein Gespräch mit uns allen durchzuziehen. Der Stadtpräsident wusste das ganze Ding von Herzen, nicht wahr? Impressive. Der Stadtpräsident ist gegründet vier Worte. Earth, Water, Fire, und Wind. Sie sind die Bläde, die den Lord von Calamity verletzt werden. Das ist nur was der Herr Schief sagte. Du memorierst es? More oder weniger. Er ist eigentlich ziemlich gut an das, was ich. Ich bin sorry, Syr-Ray. Du bist besser als ich gedacht. Was hast du mich für? Aber was genau die Spiritualen Worte der Stadtpräsidenten sind? All of nature is composed of four elements. Earth, Water, Fire, und Wind. Each one is governed by one of the four Eldest Seraphim. Right. Eumacia, Amenach, Musif, und Hianua. Correct. They maintain the balance of the entire continent of Glenwood. When you put it that way, they sound almost like gods. Though, they lack a certain divine presence. We feel much the same, actually. They're ostensibly the source of our Seraphic arts, but we're basically never aware of them. That's the nature of the five Lords' existence. The Shepherds' spiritual powers are most likely the result of a fortification of elemental affinity through the blessings of the five Lords. And all to battle against the Lord of Calamity. Kind of a shame that such wondrous power has to be squandered on fighting. Ha. Und? Noch ein? Ja, kein Gespräch. Hey, Dazzle. Thanks for helping me out. With your help, we were able to win against Medusa. I only did my job. That goes for both of us. Wieso kam das jetzt? Erst jetzt? Wieso hat sie sich nicht vorher bedankt? Gleich nach dem Kampf. Hmm. Vielleicht wegen dem, was jetzt passiert? Serae. What of the Cardinal? No more. I see. You? We were able to convince the Emperor to believe us, but he wants to believe the Cardinal as well. To that end, he wanted an opportunity for both of us to have our say before him. The Cardinal's not gonna show. There's a chance the Knights might be labeled as assassins. Sorry. Why, there's no need for you to apologize. I'll take all the blame for it. Serae wasn't the one who killed the Cardinal. A professional assassin showed up. They whispered thusly. May these weary bones find peaceful rest. But that's the calling card the Scattered Bones Assassin's Guild leaves at the scene of their... Their doings. Is this true? It is. Right? The hell's wrong with you. Just say it. Yeah. I see. I should report to my superiors about the Assassin's Guild. But to think they could carry out an assassination right under the Shepard's nose. The Scattered Bones certainly exceed their reputation. Ah, I don't know. Oh yeah. I'm quite sure they'll be pleased to hear it. I couldn't save the Cardinal. I couldn't save anyone. It stopped raining. How about we take a walk around town? Werden von dem Licht, das ich erzeuge, verdrängt. Ist das wirklich wahr? Cardinal in Forthorn ermordet? Und der Papst wird immer noch vermisst? Was wird die Kirche jetzt tun? Wird sie. Nein, nein, nein. Das sag ich jetzt nicht. Willkommen, Hörte. Hauptmann Sergei hat mir die Neuigkeiten mitgeteilt. Überlasst den Rest uns. Wir Ritter sind nicht daran interessiert, uns mit der Kirche anzulegen. Jetzt wollen wir die Opfer so schnell wie möglich begraben. Das wird schwierig, da sie aus Steinen sind. Aber richtig schwierig. Die Musik ist jetzt viel schöner. Es sind Leute draußen. Ist das nicht schön? Als erstes müssen die Bischöfe kontaktiert werden. Dann die Abgesandten. Und dann Unterstützer jeder Region. Es wird endlich Frieden im Land herrschen. Denn es hat nur der Regen aufgehört. Jetzt ist schnelles Handeln angesagt. Wir müssen Kontakt zu den Geschäftsleuten aufnehmen. Und sie bitten, ihre schnellsten Wagen für uns bereit zu halten. War ich nicht ver... Ich verstehe nicht, wieso das nur an dem Regen gehangen hat. Weil Händler hätten sie doch davor schon kontaktieren können. Na gut. Das Geld fehlt, aber das Geld wird jetzt nicht sofort einfach da sein. Achtung! Der siebte Zug wird ab jetzt die Straßenpatrouille unterstützen. Der achte und neunte Zug auch. Hört gut zu. Der lange Regen hat endlich nachgelassen. Die Leute werden versessen daraus sein. rauszugehen und anderen in die Fresse zu schlagen. Seid aufmerksam und denkt an die Grundlagen zum Umgang mit Menschenmassen. Deeskalation, verstanden? Immer schön eskalieren. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich lang gehen soll. Ich weiß nur nicht mal, wo ich lang gehen muss. Der Regen scheint aufgehört zu haben. Obvious! Ja, und die Sonne ist da, um uns alle zu begrüßen. Hallo Sonne! Du hast uns gefehlt. Boah! Boah! Das... Okay. Ich... Ich hab noch nicht mal ne Wahl, wo ich lang gehen kann. Ach ja. Wir wollten ja einen kleinen Spaziergarten machen. Durch das wunderschöne Pendragon. Wie es leibt und lebt. Deswegen sprechen wir erstmal mit den Leuten, die auch bei dem Regen draußen standen. In der Kirche ist irgendetwas Großes im Gange gewesen. Dann wird der Palast sicher auch bald in Wölfwirt sein. Aber wenigstens ist endlich die Sonne rausgekommen. Ich versuche mir einen strahlenden Zukunft für uns alle vorzustellen. Alter. Übertreiben schon ein bisschen. Tun so, als wäre... Wäre... ...hunderte von Jahren Krieg gewesen und der ist jetzt vorbei. Genau so sprechen die. Oh ja. Endlich ist es wieder aufgeklart. Jetzt müssen wir all die Lieferungen erhalten, die bislang aufgehalten wurden. Im Moment herrscht an allen Mangel, Essen, Waffen. Einfach an allem. Wir hätten nur nicht mal Trinken genannt. Aber an allem. Allmählich tut sich was. Naja. Weil seit 10 Minuten ist aufgehört zu regnen. Die Welt ist nun eine andere. Na, Zeitversatz geht es jetzt nicht. Aber dass sie jetzt schon so tun, als würde es schon jahrelang nicht mehr regnen. Und damals, als es noch geregnet hat, da war das Leben nicht so leicht. Der Regen hat endlich aufgehört. Jetzt werden die Kunden sicher bald wiederkommen. Ich bin nur froh, dass wir beide das durchgestanden haben, ohne den Laden schließen zu müssen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so über die Sonne freuen würde. Ich glaube, das schreit nach einem Trinkspruch. Und ich habe nicht vor, bis zum Abend zu warten. Säufer! Komm schon! Hey! Der Boden ist noch nass! Klatsch, klatsch, klatsch! Ehrlich, was denkst du denn dabei? Dich so herumzutrollen? Stimmt, der ist wirklich noch nass. Müssen wir mal drauf achten, ob das so bleibt. Oder ob sich das nochmal ändert. Nein! Ah, ich kann noch nicht mal vorbeilaufen. Ich bin froh, dass du dich so warst. Aber du hast dich so gesehen, in der Schreie zu sehen. Und du hast dich so gesehen, in der Schreie zu sehen, oder? Da ist unser touchy-feely Miklio. Touch, Leo. Hey! Kuck! Knock it off! Hmhm. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. How lange ist dieser Funk von Ihren? How lange is yours gonna last? Rose! Nuh-uh. No sorrys and no thank yous. Du und ich beide haben nur was wir tun können. Wir lassen uns beide ein wenig machen, okay? Okay. Okay ist okay. Und auf diese Weise, wir gehen uns auf. Ich bin beat. Oh oh. Die sieht nicht gerade nett aus. Du bist wunderschön. Entschuldigung, ich habe überrascht. Der König versucht direkt zu regeln. However, die dieharden Followerinnen der Kardinal haben angefangen, in sehr wunderschön. So, sie suchen eine Krieg, oder? Und ohne ihre Leiter, da wird niemand mehr zu halten. Und noch mehr werden. Nicht auf meine Seite. Ich versuche, dass ich diese Krieg verhindern kann, so dass deine Fortschritte nicht in vain werden. Danke, Sergei. Danke, Sergei. Danke, Sergei. Ich bin froh, dass du so schlappst. Ich bin froh, dass du so schlappst. Ich bin froh, dass du so schlappst. Für Sarei. Oh, ja? Ich glaube, dass sein Geist braucht das Schlapp. Ich weiß, dass er gut ist. Wenn du so schlappst. Ich bin froh, dass du so schlappst. Wahrscheinlich. Das ist die Borg Ronance. Kein Zugritte ohne Genehmigung, kapiert. Wenn ihr eintreten wollt oder eine Audienz wünscht, solltet ihr entweder mit dem Rittertrupp oder mit der Kirche sprechen. Ich will aber gar nicht rein. Haha. Ich will da gar nicht rein. Du, 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 du. Oh, oh, oh. Nicht schon wieder. Willkommen im Rittertrupp-Hürte. Bitte begrüßt den Hauptmann. Ich bin sicher, dass er hoch erfreut ist, euch zu sehen. Er ist immer hoch erfreut, mich zu sehen. Die Kirche hat immer noch Vorbehalte gegen uns. Aber sie wird uns jetzt wohl keine Ärger mehr machen, dass Wups sind und wir später haben und sie nicht. Haha. Ich hoffe, dass wir weiterhin sowohl den Herrscher dienen als auch das Gleichgewicht im Königreich aufrechterhalten können. Denn nichts geht mir näher. Da ist kein Grund, sich nur auf den Hürden zu verlassen. Wenn wir den Hauptmann nicht helfen können, dann... Gnade uns Gott. Ja. Was macht er denn hier? Sehr gut. Ich sorge dafür, dass die Männer alle Waffen erhalten, die sie brauchen. Es wird schon eine Weile dauern, bis wir unseren schwindenden Bestände aufgefüllt haben. Aber ich bin mir sicher, ja? Sicher. Das wird höchste Qualität sein. Das wir rechtzeitig liefern können. Also, scheiße, Qualität. Oh! Schokoladen... Schokoladenstiebach. Oh, nice. Alle haben hier was Neues zum Labern, aber er hat nichts. Tatsache, der hat wirklich nichts Neues. Wie idiotisch ist das denn? Wie idiotisch ist das denn? Bist du? Tatsache, der macht einen Blick. Wollt ihr? Wollt ihr? Untertitelung des ZDF, 2020